Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern hatten ja viele Schalke-Fans schon die Hoftung, dass auf der Aufstiegsfeier bestimmte Personalien offiziell gemacht werden. Ob es Transfers sind, Fässerpflichtungen, Verlängerungen oder vielleicht sogar ein neuer Trainer, war ja da mal relativ irrelevant, weil am Ende gab es eben nichts Offizielles zu vermelden. Das war aber auch von unserem Sportdirektor Ruhm schon ganz bewusst so gewählt, weil unsere Aufstiegshelden sollten einfach die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben und deswegen fand ich das auch vollkommen richtig so. Aber eine baldige Verkündung eines neuen Cheftrainers, worauf wir alle auch warten, könnte trotzdem noch auf sich warten. Denn laut der Bild-Zeitung habe ein Top-Kandidat Schalke abgesagt und das erst in der vergangenen Woche. Eigentlich war wohl der Plan von Ruben Schröder und Co. der Mannschaft nach dem Saisonfinale den neuen Trainer zu präsentieren, aber das scheint nun jetzt gescheitert zu sein, weil der Trainer eben erst von ca. einer Woche Schalke abgesagt haben soll. Ob das jetzt stimmt, ob da was dran sein soll an diesem Top-Kandidat ist natürlich eine andere Frage. Klar ist aber auch, diese Trainersuche, die läuft auf Schalke wirklich schon natürlich länger, logischerweise, aber vor allen Dingen auch im kleinen Kreis. Selbst Gerald Asamor sagte, dass er noch Rätsel, wer ein neuer Trainer werden wird. Schröder ist aber dafür verantwortlich, ist auch mit dem Vorstand mit dabei eben zu bereden. Aber viel mehr Leute sind auch gar nicht involviert. Deswegen dringen ja auch einfach gar keine Namen nach außen. Ob das dann mit den Top-Kandidaten stimmt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Peter Knebel hat auf jeden Fall gestern gegenüber Sport 1 klar gemacht, welchen Trainer wir denn suchen, vom Typen her. Wir brauchen einen Trainer mit viel Emotion, einen, der im Wind stehen kann. Vor allem brauchen wir einen Trainer, der mutig spielt. Guck dir die Leute hier an, da kannst du nicht hinten drin stehen. Da brauchst du einen Trainer, der nach vorne spielt. So also unser Sportvorstand Knebel. Also, ein Top-Kandidat habe uns schon abgesagt. Ob das stimmt oder nicht, sei mal hingestellt. Aber Knebel macht nochmal deutlich, welchen Trainertyp wir auf jeden Fall brauchen. Wann er kommt, ist halt weiterhin vollkommen offen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Anna Lüschalker. Und Glück auf. Alles gleich weiter. Auch die Reihe. Vielen Dank.